Los geht's. Hier kommt sie. Mit dem Bautzen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts beschäftigt sich ein Sonderheft der Abrafaxe. Aber wer gehört nicht zu den drei Comichelden? Ist das A. Abrax, B. Brabax, C. Kalifax oder D. Dreyfax? Das ist D, der Dreyfax. Das kommt auch. Ja, mein Bruder Peter war ein... Wirklich? Ach, der hat Mosaik geliebt ohne Ende. Und ich glaube, der hat die heute alle noch. Ja, und es gibt sie vor allem heute noch. Das finde ich interessant. Also es ist, glaube ich, was viele mit uns irgendwie mit der Kindheit verbinden oder mit der Vergangenheit. Aber tatsächlich, die Abrafaxe suchen in Bautzen das Geheimnis der Unsterblichkeit. 20.000 Exemplare wurden gedruckt. Dann brauchen wir es gar nicht spannend machen. Die Dreyfax gehört nicht zu den Helden. Jetzt wissen wir, was dein Bruder gemacht hat. Ja, der hatte auch...